Jo, dann mal gleich weiter im Text hier. Wir wollen Biowaffen herstellen und dadurch irgendwas bekommen. Ist das ja ein Ultra-Wire-Neotix-Katalax-Fast. Also ja, ich muss noch herausfinden, wie ich dann meine Face-Brain-Hugger hier jetzt irgendwie wegbekommen, um damit Geld zu verdienen. Das wäre so der nächste Schritt, denke ich. Zehnmal Trade-Node. Can handle a single exchange. Brauch ein Leica-Gate. Und wir haben jetzt schon MK-7 Personal Laser mal so eben nebenbei erforscht. Krass. Brauch immer die Vorstufen. Ja, das könnte eine Weile dauern, ha? Was braucht ihr? Braucht alle Module und die Schulterpanzer an sich und überhaupt. Und ich baue erstmal fünf davon, während ich hier am Rumwuseln bin, wie ich mit den Yuki-Sachen weitermache. Also das da. Es braucht zum Bauen ein Leica-Gate. Das haben wir nicht. Wo kriegt man denn ein Leica-Gate hier? Oder Leica. Biep, 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 biep. Hm. Big Storage-Bunker. Made from Duotal. Brauchen wir einen davon. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Was sind Tanks? Nee. Ach, da ist es doch. Oh Gott. Wir brauchen einen Alien-Infuser, ein UPS-Flywheel und ein AQE-Akkumulator. Äh. Wo sind die Sachen? Da ist ein Flywheel. Da ist ein Accumulator. Okay. Das heißt, das werden die nächsten Sachen sein, die ich automatisieren muss. Weil hier stand bei, dass es nur für ein Exchange ist. Can handle a single Exchange. Ach so, ich kann mir vorstellen, dass man halt immer nur eine Sache dann gleichzeitig ins All schicken kann, quasi. Und davon gibt es dann später noch eine größere Version. Get rich for 50 Credits or die trying. Diese Maschine zerstört den Planetenkern. Okay. So eine Maschine sollte man wahrscheinlich erst bauen, wenn wir ein Raumschiff haben oder so. Oh, die sind schon alle fertig. Dann, dann setzt doch mal diesen Storage-Bunker hier irgendwo hin. Einfach nochmal, um zu gucken, was er so tolles macht. Er ist ein riesiger Storage-Bunker. Gut, gut. Er hat mir geklärt. Und ich wollte meine Schulterlaser da. Bei den Schulterlasern haben wir die Möglichkeit jetzt auf die MK2-Version zu gehen und dann MK3. Die am Ende 10 Schaden macht mit einem Shooting-Speed von 6. Und die da macht... 6 Schaden, Shooting-Speed von 12. 12 pro Sekunde? Also er schießt 12 Mal pro Sekunde? Oder alle 12 Sekunden einmal? 12 Sekunden pro Sekunde macht mehr Sinn, ha? Ja, okay. Das heißt, es wären 72 Schaden, richtig, pro Sekunde? Okay. Und du machst... 6 mal 10 sind 60 pro Sekunde. Also wäre das untere besser. Das hier hat eine Reichweite von 30. Das hier hat eine Reichweite von 20. Und von der Größe her sind sie gleich. Also die hier werden von der Reichweite höher. Aber ne, ich denke, ich würde dann das hier nehmen. Die sind allerdings wesentlich... Kommen wir Settel zu bauen hier unten. Die bräuchten jetzt ganz viele Module. Einer, zweier... Zweier weiße und 30 E-N-Artefakte. Ja, ne. Ich glaube, ich gehe doch erstmal Richtung den hier. Ich hätte gerne Silber und ich hätte gerne Türme. Bau mal bitte... Also fordere mal bitte an. Ganz normale Bronzetürme. Und... Ein bisschen Silber. Gut. So, wie viele von den kleinen Jungs haben wir schon? 99. Ich denke nicht, dass ich die automatisieren werde. Die ganzen Sachen dazwischen. Das ist ein bisschen zu viel. Allerdings sollte die versuchen einmal zu bauen. Damit wir ein so ein Exchange-Ding mal haben. Um zu gucken, wie das denn überhaupt funktioniert. Und ob mir das überhaupt wirklich liegt. Das heißt, wir brauchen jetzt... Zweimal Medium Advanced Accumulator. Das sind die da. Dafür bräuchten wir Small Advanced Accumulator. Dinge? Wo ist der Small Advanced Accumulator? Da. Dafür bräuchten wir Blocked Battery Cells. Die müssten wir sogar irgendwo angefordert... System haben und können sie anfordern. Also brauchen wir jetzt die Batterien. Batterien sind... Da. Blocked Battery Cells. Gut. Da warten wir kurz, dass sie angeflogen kommen. Dann bauen wir die. Davon am besten auch schon gleich ein paar auf einmal. Genau. Irgendwie haben wir nicht so viel davon. Kann das sein. Jungs. Sind die Roboter alle ausgelastet? Nö. Okay, wir haben anscheinend nicht die Blocked Battery Cells im System vorrätig. Das sollte ich ändern, bevor ich da irgendwas anderes weitermache. Weil die werden wir für ein paar Yuki-Sachen noch brauchen. Wir hatten hier irgendwo eine Anlage, die Batterien herstellt. Also auch diese Blocked Battery Cells. Aber ich glaube, die sind nicht mit dem System verbunden gewesen. Oh ne, das sind andere Batterien. Wie kommen wir denn an die richtigen Batterien? An die Blocked Battery Cells? Da. Blocked Battery Cells werden aus Full Battery Cells gemacht. Full Battery werden aus dem anderen gemacht. Also ich bräuchte hier noch zwei Fabriken daneben. Das ist schnell gemacht. Also so und so. Dazwischen jeweils. Gib mir blaue Ärmchen. Dazwischen jeweils Ärmchen. Du stellst bitte her die roten. Und du stellst bitte her die da. Und brauchst dann noch Conductive Wire. Sollte ja alles vorrätig sein. Da. Allerdings wird das jetzt von oben geholt. Aber das ist nicht so schlimm. Äh, beschränken. Immer schön beschränken. Schrift rechts, Schrift links. Wobei du eigentlich gar nichts machst. Du kriegst jetzt nur Gott-Module. Wodurch die übrigens verdoppelt werden, die Batterien dann. Ja. Gut. Da kommen jetzt die Blocked Battery Cells. Okay. Das hätten wir auch schon mal erledigt. Und die Forschung steht still. Das geht ja gar nicht. Forsch bitte. Bei Strom noch höher gehen. Ne, auch lila. Mach bitte. Raw Speed Module. Ja, Gott 3 wäre ganz nett. Demnächst. Wo finde ich Gott 3? Nicht bei denen. Da ist Gott 2. 3 haben wir schon. Hä? Ja, 3 haben wir schon. 4 müssten wir bauen. Das heißt, wir müssten 3 nur noch zu Ende automatisieren. Ah, okay. Das kommt auf demnächst zu tun Liste. Sobald wir das hier rausgefunden haben, wie das funktioniert. Also die Schulterlaser ausprobieren. Die Gott-Module auf 3 bringen. Und vorher jetzt hier rumwuseln. Weil wir haben jetzt die Small. Also können wir Medium bauen. Und mit dem Medium können wir dann das Flywheel bauen. Wir brauchen allerdings noch das Zeug da. Vorrätig. Hm, irgendwie. Kommt davon nicht sehr viel an. Charge Chunks. Gar nichts kommt davon an. Das ist komisch. Hier sind doch Charge Chunks. Ja. Das ist alles im Bereich. Sollte alles voll sein. Oh. Hä? Ja, wir fordern das gar nicht wirklich an. Das ist natürlich ein Problem. Fordere bitte an. Ist das unter... Es ist so viel Wuselkram gerade. Nein. Hier ist nur das Crush. Hier ist es nicht. Da ist es nicht. Ich war mal... Geh weg, Forschung. Ich muss hier Dinge finden. Da. Da ist es. So. Jetzt sollte das auch alles soweit klappen. Gut. Das hätten wir. Das hätten wir. UPS Flywheel. Da. Low Charge Rate will extremely discharge rate. Works if energy goes in. Das ist ein Akku. Richtig. Aber Akkus haben wir ja schon. Die da. Was fehlt jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch einen Alien Infuser und einen Akku-E-Akkumulator. Okay. Wir... Was sieht hier aus wie ein Alien Infuser? Du. Du brauchst ein Atomic Quantum Composer und ein Kimota Retrox. Was fehlt hier? Drei Advanced Machine Frames. Die haben wir automatisiert. Irgendwo hier aber nie zu Ende aufgebaut. Okay. Oh Gott. Super. Super Conductive Coils brauchst du. Und Conductive. Das tun wir mal dahin und dahin. Du wirst wahrscheinlich auch die normalen Frames brauchen. Die Basic Frames, um daraus bessere Frames zu machen. Nee, es war ein Dingfehler meinerseits anscheinend. Gut. Dann brauchst du rote Engines, Eisenzahnräder, orangenes Zeug. Blaues Zeug. Blaues Zeug, ja. Dann noch die Zahnräder. Und die roten Engines. Okay, und du bist beschränkt. Go, go, go. Ich brauche mein Zeug. Rote Engines. Wir haben keine roten Engines im System. Das kann gut sein, weil ich die Ölgeschichten immer wieder umbaue. Da vergesse ich gerne Sachen wieder neu aufzubauen. Aber nee, da oben rote Engines. Was fehlt euch? Da ist natürlich ein Wattmodule. Und anscheinend fehlt euch Lubricant. Ja, okay. Stopp, warte. Das machen wir schnell. Du stell her. Was? Erforsch mal ganz schnell, Lubricant. Dann stell dir das her und pumpt das direkt hier rein. Und dann klappt das schon hoffentlich irgendwie. Und ich sollte eigentlich auch hier stehen bleiben, weil sonst vergesse ich das wieder. Weil ich habe jetzt gerade ja ein bisschen viel auf einmal, was ich gerne machen würde. Wie zum Beispiel die hier zu bauen. Dafür bräuchte ich 3er Speed Module. Okay, vorderan 3er Speed Module. So viel Ramsch sind wir da? Wo sind meine anderen Schulterpanzer? Wie viel habe ich davon? Oh, ich habe ganz schön viele MK1-Schulterlaser. Was fehlt für das 3? Tungsten, Tungsten haben wir auch recht viel rumliegen. Machen wir die weg und gib mir dafür... Tungsten. So, und Lubricant ist gleich fertig. Das hat doch gar nicht so lange gedauert. Schön, schön. Zack, dann erforscht doch mal als nächstes... Dummdi-Dumm, da, Akkus. So, Lubricant, go. Und du kriegst auch ein God-Modul. Und fließt das hier ordentlich durch? Nee, das fließt nicht ab. Okay, dann mach das so. So. Und hier fehlen auch ein God-Module. Und hier auch und überhaupt. Gut. Das heißt, jetzt sollten die roten Dinger da sein, damit das da hinten funktioniert. Die roten Engines. Damit wir die besseren Machine Frames bekommen. Damit wir Alien-Inductor-Dinger bauen können. Hier, her damit. Nein, kein Water Generator. Hier. Jetzt brauchen wir noch ein Atomic Quantum. Das und das. Da fehlt noch ein Machine Frame. Komm schon, go, go, go. Der verbraucht meine roten Engines. Das ist gar nicht nett. Werden wirklich irgendwo anders verbraucht, kann das sein? Hab ich irgendwann mal in der Vergangenheit Skynet wieder aufgebaut? Weil die Flying Frames sollten das einzige sein, was rote Engines frisst. Oh, und du hast kein Ding um uns drin. Warum auch immer du nicht gearbeitet hast, alle vier Ressourcen sind da gewesen. Ist alles in der Abdeckung? Oh, Ärmchen ist deaktiviert worden. Oh, Ärmchen ist deaktiviert worden. Äh, machen wir wieder voll. Das heißt, ich schmeiße jetzt die paar roten Engines, die ich gerade gemobst habe, von Hand da oben rein. Ich hoffe, dann brauchen wir nicht allzu viele mehr von denen, von den Machine Frames. Äh, da. Wo sind die roten Engines? Da. Was? Es geht so verdammt schnell bei den Yogi-Sachen. Also die Sachen zu craften. Äh, erforsch mal irgendwas anderes, damit die Forschungsleiste nicht mehr so voll ist. Und gib mir das da. So, bau ein Alien. Oh Gott. Okay. Abbrechen. Und bau sehr, sehr viele Dinge für einen Alien-Infuser. Was macht der Alien-Infuser eigentlich? Der macht Meta-Transmutation. Also so eine Art Replikator. Also wir stellen gerade recht viele Maschinen hier, die eigentlich schon irgendetwas tun. Die wir aber trotzdem, obwohl man sie eigentlich irgendwo hinsetzen könnte und benutzen könnte, die wir jetzt momentan brauchen, um noch abgefahrene Maschinen zu bauen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne das Ding gleich einmal hinsetzen und gucken, was es genau macht. Die Maschinen-Frames können wir nicht irgendwo hinsetzen. Und ich hätte gerne die Lila-Kiste zum Kurz-Aussortieren. Zum Beispiel hätte ich gerne die alten Fabriken weg. Photonic-Replicator weg. Die lasse ich mal da. Die Dinger weg. Von denen, wovon ich zu viel habe, weg. Wobei, einen soll ich davon hier alles behalten. So, Shift, genau. Shift, 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 Shift. 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 Gut. So, wir haben jetzt einen Alien-Infuser. Was machst du, Alien-Infuser? Du kannst Transmuted UCA2 herstellen. Einfach so? Oder Infused Mud, also Schlamm. Oder Instabiles Quantrinium. Das heißt, wenn wir jetzt das herstellen wollen, das können wir nur hier drin herstellen. Ah, okay, wir brauchen noch eins davon. Es war das herstellen. Bis zum nächsten Mal.